Ja, dann müssen wir wohl zurück nach Kamenka. Nach Kamenka wieder zurück. Oder, oder, wo ist, was ist, was ist, warte, ich guck jetzt mal gleich auf die, ah ne, ich kann grad nicht. Ich auch nicht, sonst, ich wollte jetzt grad schon gucken, aber geht jetzt nicht. Wohl, das geht da unten noch weiter. Können wir da nochmal gucken? Äh, war noch bei der Tankstelle noch nicht, die ich meinte. Ja, dann geh du in die Tankstelle und ich guck mich mehr unten ein bisschen rum. Okay. Tankstelle haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Metallteile, immerhin. Ach, hast du gefunden? Ja. Wozu sind die gut, die Metallteile? Für den Motor, glaub ich. Was? Für den Motor, glaub ich. Okay. Junge, belegen die Platz. Alter. Okay. Hm, schade, dass man nicht in die ganzen Häuser rein kann, dann wäre das jetzt nicht so ne Verschwendung gewesen, hier hinzukommen. Ja. Okay, dann guck mal mal auf ne Karte, wo das nächste ist. Ja, ich guck's aber an. Wo bist du grad? Hier noch grad unten ein bisschen was. Ah, hier ist ein Haus, wo ich rein kann. Was haben wir hier, Toilettenpapier, leere Flaschen, was haben wir hier, äh, ein paar Bandagen und leere, leere Kannen, haben wir hier, hier haben wir Bogen und leere Flaschen. Hmm, in nem Haus, ich kann's dir jetzt schlecht erklären. Klar. Hm. Oh, da ist noch ein kleiner Schuppen, vielleicht ist da noch ein bisschen was drin vor uns. Nee, gar nix, ey, ach, Krise. Okay, jetzt müssen wir uns wiederfinden. Ich lass zur Kirche, bei Kirche. Okay. Muss ich nur noch gucken, wo die Kirche hier ist, aber die war ein bisschen weiter oben. Okay, das ist jetzt richtig abfuck hier, ey. Das ist echt ne Müllstadt der Produktion, ey. Ey, das war hier echt, das war unnötig hier zu laufen. Wir hätten gleich nach Kamenka, das ist ja Zeit gesperrt. Nächstes Mal sowas schlauer. Nächstes Mal wissen wir, dass das hier ein Kuhkart ist, wo nix ist. Okay, mein Charakter hat grad einfach mal so ne Rolle gemacht, warum auch immer. Er hat da einfach Lust zu. Wo ist die dreckige Kirche jetzt, ey? Warte mal, ich hab ne Idee. Ach, ich hab sie gefunden. Lauf nicht weg, lauf nicht weg. Lauf doch nicht weg. Ja, brauchst mir da rein, knicklich da nix zu werfen. Achso, ja, da kommen wir jetzt hier lang. Oder wo willst du jetzt... Oh, Alter, was schleppst du denn hier mit an, ey? Ich bin ne kleine Menschenrolle. Alter. Das sind... Ja, ich bin einfach nur gelaufen. Ja, komm, lass sie umhacken, oder? Ja, komm. Das sind aber ein paar, ey. Ja, die stehen aber alle bei mir, also wo ist nicht so viel drin wie ich. Fuck. Nee, komm, lass einfach eben in den Wald rein. Lass uns doch mal finden. Nein, Mann, ich crash die jetzt. Komm zur Kirche. Oh, ich sollte vielleicht mit der Axt noch nicht mit der... Ja, der wird schon schlauer, hier. Weg mit dir. Und du auch. Direkt. Alter, wie viele hier jetzt liegen, ey? Und du hast wieder nix, nix. Nix. Der hat hier... Was hast du... Pick up Flair, was ist denn dein Flair, Alter? Ach, der Scheiß. Alter, du brennst grad. Ich brenne? Du hast mein Knicklicht im... Also mein Bengalo grad im Arsch gehabt, ey. Im Arsch doch nicht. Doch, ernsthaft. Ich dachte, sowas nicht. So, äh, wo gehen wir jetzt hin? Guck auf die Karte erstmal. Wo das nächste... Zum Schutz? Ja. Wir können jetzt nach Koslowka rüberlaufen nochmal. Ja, den klaufen wir da nochmal hin. Weil bis Kamenka ist ein richtig großes Stück. Ja. Nach Koslowka nicht so... Aber ist auch lang, aber nicht so weit. Und während wir nach Koslowka laufen... Warte, ich guck mir nochmal die Karte an. Ich guck mir nochmal kurz am Zelt vorbei. Okay. Wir sind jetzt hier in der Stadt. Hier sollte auch irgendwo... Hier gibt's auch ein Auto. Ach, echt? Wo dann? Ich kann aber gleich vorbeilaufen. Aber ist egal, hier ist eh nicht. Ich mein, hier sind eh keine Teile. Hier sind eh keine Teile, das heißt, wir müssen eh... Bleib stehen. Warte mal. Warte mal. Warte da. Also wir sind jetzt hier bei der Kirche. Wenn wir jetzt da lang laufen. Okay, okay, okay. Ich will jetzt so eine Straße sein und so. Okay, okay. Ich muss einmal kurz was gucken. Ich muss einmal kurz was gucken. Ja. Das ist perfekt. Komm mal mit. Jo. In der Nähe von, äh, noch ein paar gelbe, sogar Vierecke anzeigen. Alter, warum laufen hier so viele Zombies noch über die Wiese, ey? Ja, weil du halt gerade deine Flairschen gebrochen hast. Ach scheiße, stimmt. Das ist eine doofe Idee. Lass aber laufen. Die holen wir uns dann. Ich hab hier einen Huhn. Da haben wir jetzt keines... Ach ja, warte. Ich hab einen Huhn gekillt. Deck mich, deck mich, deck mich. Alter. Was schleppst du denn hier noch direkt mit an, ey? Und dann sagst du, deck mich. Erstmal muss ich was saufen, ne? Hörst du das Geräusch? Ah, richtig lecker. Ich meine, ich hab richtig Hunger hier direkt. So, zwei Ruhe, falle ich. So, weiter, weiter, los, los, los. Vorsicht, vorsicht. Der biss dich. So, dann los. Warte, der hat hier eine Coca-Cola. Die muss ich mir natürlich nehmen. Ach scheiße, wir vergessen das Ding mitzunehmen. Fleisch. Das Fleisch, wo ist das Huhn jetzt? Ach scheiß drauf, ist egal. Das müsste hier liegen. Ja, liegt doch nicht mehr. Ey, du bist eine Flamme, ey. Du bist mal richtige Flamme, ey. So, weiter jetzt. Wir laufen halt einfach durch, ey. Ich hab jetzt keinen Bock, um was zu machen, ganz ehrlich. Ach, meinst du die da hinten? Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Mit einem Ping von 1.900 wurde gekickt. Alter, 966. Gehst du da gucken? Ja, ich geh da gucken. Dann geh ich schon mal hier. Und wenn hier nicht so aussehen, als ob es hier wäre, aber... Daumen kann man kurz sehen. Boah, Zombies ohne Ende hier, ey. Das ist ein Werkzeugkoffer im Endeffekt. Wie, ein Werkzeugkoffer im Endeffekt. Du hast jetzt da schon alles durchgekuckt. Ne, ne. In dem einen jetzt. Ich nehm mal ein Werkzeugkoffer noch mit, das stecken wir mit ins Zelt, ne. Falls mal einer steht, dann halt gleich andere. Haben wir zwei. Ne? Kann ich die zwei mitnehmen? Bam. Ey, Mann, was wollt ihr, Negga? Guckt ihr Stress? Ich hab Autoreifen gefunden. Nice. Davon fehlen uns aber vier. Naja, mal schauen. Vielleicht rekt auch ein Eins. Ich weiß nicht, wie das ist. Ne, da standen vier Stück. Echt? Mhm. Toll. Cool. Scheiße. Toll, hab ich gesagt. Du, das ist bestanden cool. Na, immerhin schon mal eins. Wir kommen dem Auto-Ziel näher. Ja. Der Traum vom eigenen Auto. Vom eigenen Auto. Und ne Auto-Wincho-Chile, glaub ich auch. Aber die brauchen wir nicht unbedingt, ne. Ja, ich nehm sie trotzdem mit. Naja. Passt ja so locker in den Rucksack. Ja, so ne Bündchen scheiße, passt auf jeden Fall in den Rucksack rein. Das ist recht. Flocker, flockig. Ey, die brauchen nicht so viel Platz wie der Autoreifen, ja? Irgendwie komisch, aber naja. So, wo gehen wir jetzt hin? Lass mich kurz lucken. Ja. So, wir sind jetzt hier. Wenn wir jetzt hier sind, müssen wir in die Richtung komplett durchziehen. Dann kommen wir an Droschino vorbei. Da ist zwar nur ein gelber Punkt, aber auch ein grüner. Das ist ein Fuel Tank. Fuel Tank brauchen wir, ja. Ja. Da müssen wir erstmal hin. Das ist genau auf dem Weg. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin da, hier. Da, genau. Ja, komm. Follow me. Ein Auto würde, ein Auto würde alles so vereinfachen. Äh, ernsthaft. Aber wir müssen jetzt erstmal übelst auf dem Auto hinarbeiten. Komm her. Zack. Hier. Wenn man hier gerade auslange, oder? Ja, immer in die Richtung. Da hinten ist eine Scheune. So schnell? Nee, kann nicht sein. Doch da, natürlich da. Ach, da hinten. Das könnte sein. So. Dann beende ich das mal wieder, die Folge hier. Sorry Leute, dass ich ab und zu, äh, das so wegschneide ohne eine Ansage. Aber, manchmal vergesse ich einfach die Zeit. Es ist so sch- es ist so schön mit Chiller. Oh, dankeschön. Mit dir aber auch. Also, die Folge zu Ende. Dann geht's mit der nächsten bestimmt gleich weiter. Oder morgen. Ja. Oder übermorgen. Oder gar nicht. Oder nie. Genau. Bis dann. Ciao.